Auf Twitch seht ihr mich immer live Am Montag, Mittwoch und Freitag Von 19 bis 22 Uhr Also kommt vorbei Ghost Gang Twitch.tv Slash Prime Offiziell So was haben wir jetzt als nächstes auf dem Schirm So viele Sachen rausgekommen Jetzt bin ich Jetzt bin ich sehr Sehr gespannt Ich habe im Vorfeld schon Vieles drüber gehört Und ich weiß natürlich auch Dass der Notice da wieder Eine richtige Monstergranate Rausgepfeffert hat Aber ich habe es mir noch nicht angehört Noch nicht angeguckt Ich mache das jetzt mit euch zusammen Notice mit Kennst du kein Grime Produziert bei Smizy Beats Grüße gehen raus Boah ich habe 5 Euro War das hier Für den Videodreh gespart Und verkiffe den Restbudget Hammer geil man Was für ein Flow wieder Und bin schon eine Stunde Darauf auf US Tour Nee Sie wollen Nachschlag Wenn ich mal da oben Abfacke Als wäre das Creme Brûlée Das Boah Uey Digga Und dann hier Was sollst du Creme Brûlée Alter noch drauf gereimt Digga Krass Ja man Muss ich pissen Ich bin so verbissen Pisse Bullen An dem Bullen Wagen Ja wer kennt das nicht Mann Das ist die beste Pissecke Muss beim Schreiben Nimmer Schutzanzüge tragen Um der Umwelt Um mich rum Hier nicht zu schaden Ich buchse solche Flammen Musste irgendwann Die Feuerwehr Auf deiner Kurzweiltaste haben Weil ich sonst Wenn ich rekorde Aus Versehen Dein Studio abfack Boah Stick Voll geil Mann Ich brauche Hier was was anzusehen Im Brand zu stehen Oder Was heißt hier Nimm ich den Brandschutzweg Ey Hammer Ja man Ich brauche keinen roten Teppich Ich komme auf die Bühne Über die Brandschutz Brandschutztreppe Ne Oder was Ne Über den Brandschutzweg Dinger was für ein Überkranker Flow Und dann auch die ganze Zeit Mit so einer Geilen Reimequalität Alter Die ganze Zeit Reimt er auf My Check Hightech Und die ganze Zeit Durch Und dann mit einem Überfetten Flow Alter Krank Boah Geile Body Count Auch dieser Flow Wechsel jetzt gerade Geil Mann Und die ganze Zeit Und die ganze Zeit In dem Underground Tadevolle Bademund Bin immer noch unten Aber es dauert Nicht mehr lange Zähl die Millisekunden Sitz mit nem Riss In der Lunge Gib mir der Richter Die Punkte Kann richtig Gassi sein Sodass man denkt Ergebnis In den Hunden Verliere nicht die Kontrolle Ich spiele doch Keine Rolle Katapultiere mich Bis zur Sonne Wie Iker Mit Fokus Verschiebende Arten Und Formen Formuliere So meine Worte Als ein Fehler Sich hier Da raus Bin Mh Mh Digga Sie kennen Nur ein Stück Des Potenzials Mache nix Aber kündige Was an Ich bin ungefähr So pünktlich Wie die Bahn Zei Ja man Ja man So is it Alter Ja man Pünktlich Wie die Bahn Alter Kündige Was an Aber bin So pünktlich Wie die Bahn Ja Digga Digga Nimm dir kein Beispiel An die Deutsche Bahn Ohne Scheiß Nimm dir bloß Kein Beispiel dran Alter So geiler Flow Wechsel jetzt gerade Auch hier mit Mirow Klose Und dann Insta Poster Und Boah Alter Die ganze Zeit Diese Reihenkette Noch Boah Digga Und der haut einfach durch Oh geil Hab Bezug Ja geil Diese Flow Wechsel auch noch Ey das Ding Ist schon ein Flow Massaker Und dann Haut der noch In diesem Flow Massaker Noch so ne Abwechslung rein Ey ja Das ist einfach Nur Endlevel Geil alter Vergleiche mich mit ne Eule Denn ich bin Fokussiert auf die Mäuse Oh Digga Wenn ich die Klapse Oder die Brunnen Dann holt mich Wahrscheinlich Der Teufel Zeit auf das Zanz zu gehen Erstmal was Abstand Nehm Brauch keinen roten Teppich Ich komm auf die Bühne Überm Brandschutzweg Was für ein Brett Alter Wahrscheinlich Wahrscheinlich Er hat bestimmt Noch gesagt Hier kennst du Kein Prime Kennst du Kein Prime Alter Aber man Kennt mich Ja Deswegen Alles cool Ey Überbrett Überbrett Flowmonster Hier mit Variationen Des Grauens Alter Aber richtig Geil Alter So Im positiven Sinne 100% Alter Das Ding Ist Feuer Das brennt Man Es brennt Einfach Zu krank Und der hat Auf jeden Fall Nicht zu wenig Versprochen Hier Oder hat Nicht zu viel Versprochen Hier mit Viel verzocken Viel versprochen Alter 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 Da muss ich Erstmal drauf Klarkommen Ohne Scheiß Also das war Ein Massaker Auf Beats Der Beat Überkrank Flow Überkrank Stimmeinsatz Alles hier Die Hook War auch Richtig geil Ey Das ganze Ding Ist einfach Nur Feier Auf jeden Fall Also Er geht 100% Nicht auf den Runden Teppich Sondern auf den Brandschutzweg Ne Geht auf die Bühne Hoch Alter Alter Danke Ja man Gibt euch Das auf jeden Fall Direkt mal Ein Like Da lassen Und Abonniert Natürlich Hier Auf dem Top Die Takeover Channel Und Digga Das ist zu wenig Für so ein Krankes Ding Fuck Ist das heftig Ey Das hat mich Auf jeden Fall Richtig Gerade Gecatcht Man Aber Übelst Das hat mich Übelst Gecatcht Gerade No Das hat einfach Hier Komplett Zerlegt Komplett Mann Er hat Komplett Zerlegt Wenn euch Das Video Gefallen Hat Könnt Ihr Gerne Einen Daumen Nach Oben Hinterlassen Kommentar Und Natürlich Abonnieren Und Die Glocke Nicht Vergessen Also Ihr wisst Bescheid Und Dann kommt mir Nicht Mit Ich Hätte Kein Twitter Ich Meine Twitch Ja Dann Macht Ihr Ein Twitch Account Ist Doch Kosten Los